Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video richten wir DHL als Logistiker in JTL-Wawi ein. Damit können wir bequem über die JTL-Shipping-Schnittstelle die Adressdaten direkt an DHL übergeben und drucken so unsere Versandetiketten ohne Verzögerung im Versandprozess. Außerdem werden automatisch die Tracking-IDs in JTL-Wawi eingetragen und an die entsprechenden Verkaufsplattformen wie eBay und Amazon übertragen. Die Einrichtung erfolgt in drei Schritten. Als erstes werden wir unser DHL-Konto direkt in JTL-Wawi eintragen. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um die Intraship-Daten handelt. Wir empfehlen Ihnen, in Ihrem Geschäftskundenportal bei DHL ein eigenes Konto für JTL-Wawi Zwecksübersicht einzurichten. Danach werden wir eine Versandart mit dem Account verknüpfen, sodass immer, wenn mit dieser Versandart in JTL-Wawi ausgeliefert wird, alle Versanddaten mit DHL kommuniziert werden. Zum Schluss werden wir noch auf die Druckereinstellungen eingehen. Wir beginnen die Einrichtung unter Versand, JTL-Shipping. Es öffnet sich eine Übersicht der eingerichteten Logistiker. Standardmäßig liefern wir schon einige Testaccounts mit aus. Falls Sie mal Druckeinstellungen testen möchten, können Sie jederzeit einen unserer Testaccounts benutzen. Wir richten jetzt aber unseren produktiven DHL-Account ein. Dafür klicken wir auf Konto hinzufügen. Wir vergeben zunächst einen Namen für das neue Konto. Dann wählen wir im Dropdown die Versandschnittstelle, mit der wir arbeiten, in unserem Fall also DHL versenden. Als nächstes tragen wir den Benutzernamen und das Passwort von unserem DHL-Konto in die entsprechenden Felder ein. Dann müssen wir bei DHL auswählen, für welche Funktion genau wir das Konto verwenden. Wir möchten Versandetiketten erzeugen und die Tracking-IDs erhalten. Dafür wählen wir im Dropdown Versandetikett erzeugen. Als nächstes tragen wir die Abrechnungsnummer sowie die internationale Abrechnungsnummer in die entsprechenden Felder ein. Beide Nummern erhalten Sie in Ihrem Geschäftskundenportal von DHL. Unter Absender können wir auswählen, ob wir unsere Firmenadresse, unsere Lageradresse oder eine eigene Absenderadresse benutzen möchten. In unserem Fall nutzen wir unsere Firmenadresse. Unter Nachnahme tragen wir unsere Bankdaten ein, auf die DHL dann das Geld bei dieser Zahlungsart überweisen soll. Bitte beachten Sie, dass diese Bankdaten auch im Geschäftskundenportal eingetragen werden sollten. Die Überweisungsgebühr ist hier die Gebühr, die wir wiederum an DHL bezahlen müssen, wenn wir die Zahlungsart per Nachnahme von DHL abwickeln lassen. Diese Gebühr kann variieren und den genauen Tarif erhalten Sie bei DHL. Wenn wir die Gebühr kennen, tragen wir sie hier ein. Falls sich der Preis ändert, können wir das hier jederzeit nachträglich anpassen. Dann klicken wir auf Speichern und damit ist die Einrichtung des DHL-Kontos abgeschlossen. Als nächstes verknüpfen wir das DHL-Konto mit einer Versandart von JTL-Wawi. Dafür wechseln wir zu Versand, Versandarten. Hier können wir nun entweder eine bestehende Versandart bearbeiten oder eine neue hinzufügen. Wir legen eine neue an und machen ein paar Standardeinstellungen. Zum Beispiel vergeben wir einen Namen sowie Preis und Steuersatz. Jetzt machen wir die Verknüpfung mit DHL. Dafür öffnen wir das Dropdown bei Versanddaten-Export und wählen Export mithilfe von JTL-Shipping. Jetzt steht uns der Button Export mit DHL versenden zur Verfügung, auf den wir klicken. Nun öffnet sich das Fenster zur Verknüpfung von DHL an diese Versandart. Als erstes wählen wir das DHL-Benutzerkonto aus, das wir benutzen möchten. Dafür wählen wir im Dropdown das DHL-Konto aus, das wir ganz am Anfang eingerichtet haben. Wir müssen an DHL ein Gewicht übergeben. Wir können hier entweder immer ein Standardgewicht übergeben oder aber wir lassen das Gewicht von JTL-Wawi berechnen. Damit das funktioniert, müssen natürlich die korrekten Artikelgewichte gepflegt werden. DHL erwartet immer ein gewisses Mindestgewicht für jedes Paket. Wir tragen hier das Mindestgewicht ein. Das bedeutet, dass wenn ein Paket laut automatischer Berechnung weniger als 0,2 Kilo wiegen würde, stattdessen 0,2 Kilo übergeben wird. Damit kann das Paket dann auch ausgeliefert werden. Unter Maximalmaße tragen wir ein, wie groß unsere Pakete maximal ausfallen. Wir entscheiden uns hier für eine Standardgröße. Im Feld Verwendungszweck tragen wir den Überweisungsverwendungszweck ein, wenn wir die Zahlungsart per Nachname nutzen. Außerdem steht der Eintrag hier auch immer auf dem Versandetikett. Wir empfehlen hier auf die drei Punkte zu klicken, um den Template Editor zu öffnen. Wir suchen uns hier die Variable für die Auftragsnummer heraus und klicken auf Speichern. Jetzt wird auf jedem Versandetikett immer die dazugehörige Auftragsnummer mit angegeben. Bei der Zahlungsart per Nachname wird DHL als Überweisungszweck jetzt auch immer die Auftragsnummer angeben. Anschließend aktivieren wir die Adressvalidierung. DHL prüft dann bei der Adressübergabe, ob die Adresse bekannt ist oder nicht. Wenn wir die Prüfung aktiv lassen, werden Versandetiketten bei Adressfehlern nicht gedruckt. Das hat den Vorteil, dass wir sonst gegebenenfalls extra Entgelte an DHL entrichten müssten, weil wir ohne Prüfung eventuell falsche Adressen übergeben. Genauere Informationen erhalten Sie hier bei DHL selbst. Texte abschneiden sorgt dafür, dass wir keine ellenlangen Adressen an DHL übergeben, die von der Schnittstelle nicht verarbeitet werden können. Standardmäßig macht diese Einstellung also auch Sinn. Wir aktivieren außerdem den Haken Kundendaten nicht übermitteln. Dadurch übermitteln wir keine datenschutztechnisch sensitiven Daten an DHL, wie zum Beispiel die E-Mail-Adresse. Damit haben wir alle Einstellungen getroffen, um Versandetiketten mit DHL zu erzeugen und wir speichern unsere Einstellungen mit einem Klick auf OK. Dann schließen wir die Übersicht der Versandarten. Damit haben wir die Verknüpfung zwischen der Versandart DHL-Paket und dem Logistiker DHL erfolgreich hergestellt. Und immer wenn wir einen Auftrag mit der Versandart ausliefern, verwenden wir die DHL-Schnittstelle. Als nächstes richten wir noch den Drucker ein, damit bei der Auslieferung mit DHL die Etiketten aus dem korrekten Drucker kommen. Dafür klicken wir auf Start Drucker. In der jetzt geöffneten Druckerverwaltung wechseln wir in den Reiter JTL Shipping. Hier markieren wir jetzt DHL und wählen im Dropdown den Drucker aus, mit dem wir die Versandetiketten ausdrucken möchten. Unter Skalierung wählen wir An Druckerrand anpassen proportional. Dann klicken wir auf Übernehmen, um unsere Einstellungen zu speichern. Bitte beachten Sie, dass andere Einstellungen bezüglich des Drucks, also Papierformat, nicht bedruckbarer Rand sowie die Grauabstufung, ausschließlich über den Druckertreiber und nicht via JTL-Software gesteuert werden. Die Größe des Etiketts bestimmen Sie online im Geschäftskundenportal von DHL. Wir können für DHL außerdem noch einstellen, mit welchem Drucker wir die Exportdokumente für den Zoll ausdrucken. Dafür markieren wir den entsprechenden Punkt und wählen im Dropdown dann den Drucker aus, mit dem wir die Exportdokumente drucken möchten. Mit einem Klick auf Übernehmen speichern wir auch diese Einstellung. Dann klicken wir auf OK, um die Druckereinstellungen komplett zu speichern. Mit der Einrichtung sind wir jetzt fertig. Damit die Schnittstelle aber korrekt genutzt wird, müssen beim Versandprozess ein paar Dinge beachtet werden. Wenn wir mit der verknüpften Versandart ausliefern, lassen wir uns die erweiterten Optionen anzeigen. Nähere Informationen zum Auslieferungsprozess erhalten Sie in unserer Online-Dokumentation und in einem anderen Video. In den erweiterten Optionen wechseln wir in den Reiter Versand. Hier stellen wir sicher, dass die Checkbox bei Versanddaten exportieren gesetzt ist. Außerdem darf die Checkbox bei Versanddatum für alle Pakete setzen nicht aktiv sein. Wir wollen das Datum vom Logistiker über die Schnittstelle eintragen lassen und nicht selber setzen. Die Etikettenausgabe muss auf Nein stehen. Wir möchten zwar ein Versandlabel drucken, aber das Label soll nicht von der JTL-Wawi-Vorlagenverwaltung, sondern über die Schnittstelle abgeholt werden. Nur wenn diese drei Einstellungen wie hier abgebildet gesetzt sind, werden die Versanddaten mit dem Logistiker abgeglichen und die Versandlabel gedruckt. Dies war die Einrichtung von JTL-Shipping DHL und ich freue mich darauf, Sie in unserem nächsten Video begrüßen zu dürfen.